So, das obligatorische Klatschen, so wir können, ja, ready to go! Oh, ein Trabi! Au! Zwei PS Leistung! Ja, und damit willkommen bei Horn oder Natur! Ich werde dir gleich mal verraten, wir sind nicht in Mecklenburg-Vorpommern! Nein, wir sind in Brandenburg, um genau zu sagen, Spreewald! Tja, für diejenigen, die es nicht wissen, wo ist eigentlich der Spreewald? Der Spreewald befindet sich östlich, an der polnischen Grenze, unterhalb von Berlin und, ja, ist eigentlich sehr bekannt durch die Spreewalder Gurken oder auch die sorbischen Eier, die Trachten, die hier getragen werden von den Sorben. Also recht bekannt, würde ich mal sagen. Ich werde mal nebenbei noch ein paar Bilder einblenden, damit ihr euch vorstellen könnt, was das hier alles so ist. Also bei den sorbischen Eiern gibt es da eine ganz bestimmte Mahltechnik. Die Eier werden nicht mit einem Pinsel bemalt, sie werden mit einer Feder bemalt. Und zwar mit einer Wachstechnik. Also vorher wird Wachs aufgetragen und dann mit der Feder und wird dann eingefärbt und dementsprechend sehen dann diese Eier wunderschön aus. Ja, auch das Klöppeln kommt hierher, für diejenigen, die es nicht wissen. Ja, ich breite mal hier mein Halbwissen komplett aus. Das ist dann auch so eine, ich würde sagen, entfernt stricken. Also als Mann darf ich das behaupten. Es ist quasi eine Rolle, wo dann viele Fäden zusammengeknüpft werden oder geknotet und das nennt man dann Klöppeln. Ja, wo sind wir jetzt gerade unterwegs? Wir sind jetzt gerade unterwegs zu einer Whisky-Brennerei. Hm, jetzt werden manche ein bisschen stutzen. Ja, hier gibt es auch eine Whisky-Brennerei. Soviel ich weiß, die einzigste Brocken-Brennerei, Whisky-Brennerei hier in Deutschland. Und die werden wir jetzt gerade mal besuchen. Ja, es war ja nun lange nichts mehr zu hören. Einerseits durch Corona, andererseits habe ich auch mir eine Auszeit gegönnt. Weil es schlaucht schon ganz schön, diese Videos zu machen und zu schneiden und zu tun, online zu stellen. Da braucht man auch ein bisschen Ruhe. Und ich habe die Winterpause ein bisschen länger genutzt. Und nun, ja, bin ich wieder hier und ich hoffe, dass ich hier noch ein paar Videos machen kann und auch hochladen kann. Ja, gestern haben wir eine Tour hinter uns gebracht von 300 Kilometer von zu Hause bis hierher. Da war eine sehr schöne Tour, muss ich sagen. Eine gute Mischung zwischen Bundesstraße und Landstraße, so wie es dem Motorradfahrer gefällt. Und kein Stau. Wir hatten freie Fahrt gehabt. Keine Zwischenfälle. So, ja, wollen wir das ja auch. Und begleitet wurden wir durch Kalimoto. Also da muss ich erstmal sagen, Hut ab und danke an die Entwickler von Kalimoto. Der hat uns sehr gut durchgeführt, schöne Strecken rausgesucht. Also hervorragend. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns näher gleich bei der Whiskybrennerei. Ja, bis näher gleich. Achtung. Musik 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 Ja, das war also die Whisky-Brennerei. Leider konnten wir die Führung nicht mitmachen, coronabedingt, erst ab dem 1.7. Wir sind jetzt das Fixwochenende hier, also heißt das für uns leider keine Führung. Das heißt dann auch für uns wieder, wir müssen wiederkommen. So, und jetzt werde ich nochmal ein bisschen die Landschaft hier zeigen euch und ein bisschen Musik unterlegen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Musik 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 So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe euch hat das kurze Video jetzt gefallen. Ich sage erstmal, danke fürs Zuschauen und Einschalten. Und Kommentare wieder unten rein, Däumchen und so, ihr wisst das schon. Und ich sage mal, kick mal wieder in. Für die, die es nicht verstehen, schaut mal wieder rein. Bis dahin, euer Hornet & Tour. Ciao, ciao. Ciao.